2018 haben wir uns einen großen Umbau gemacht und jetzt wollen wir da noch optimieren, was damals zeitlich nicht möglich war und zwar Richtung Osten hin. Da werden wir die dritte Etage abtragen, dort vier neue Zimmer und Suiten bauen. Auch in der vierten Etage gibt es noch eine zusätzliche Suite ab und als Tupfen auf dem I gibt es oben auf dem Dachgeschoss noch eine Infrarot Panorama Sauna und eine vergrößerte Liegefläche, damit wir also noch einmal ein zusätzliches Angebot für unsere Gäste haben.